Wir müssen hier hoch. Oben ist alles hochgelegt. Ja, hier gehen wir zur Tanke. Ja, gehen wir zur Tanke. Von links könnte jetzt was kommen. Ja. Und ein Ideechen später von rechts auch. Nein, nicht von mir. Ah, ja. Es war auch nicht von mir. Ich kennst ja einen Matze, der manchmal ein bisschen farsch im Ton ist. Aber auch nicht immer sofort, sondern halt schon nach vorm Ansage. Ich bin an der Sonnigkiste. Oh, Klaus, das weiß ich nicht, wo die ist. In der Baracke. Ach, hier oben? Ja. Oh, okay. Ja. Geht zum Hindenstash. Okay. Habe ich auch noch Rucksack mit? Ne, glaube nicht. Ich komme raus, ich werde vor zum Kittenhügel und dann Checkpoint. Super. Oh ja. Nur auf die Durchbrüche achten. Mhm. Oh, es geht vorne, es geht vorne. Okay. Der aimt zum Durchbruch ganz links. An dem linken Durchbruch, der aimt dahin. Oh, den hat einer weggeschossen. Einen habe ich gerade weggeschossen. Ah, okay. Weil er mir meinen Arm weggeschossen hat. Ah, okay. Okay, gut. Ich habe gedacht, da schießt einer durch den Durchbruch von da hinten. Aber wie konnte... Er hat aber nicht auf mich geschossen. Ich dachte, da schießt er auf mich, der Sack. Ne, ne. Da waren ja zwei. Zwei waren da ja. Ah. Hast du keinen gekillt? Warte mal, ich muss mal gucken. Dann läuft da noch einer irgendwo. Links zum Durchbruch ist da gelaufen. Mhm. Wie hieß denn das? Bei Therapist. Ah, Aquarius. Einen habe ich getötet, aber... Nein, nein, der läuft doch noch. Der kommt runter. Von Durchbruch links. Oh, hinter uns, hinter uns. Alter, hat mir einen Heikett. Ich glaube. Ich glaube, hinter uns schießt es auch. Ach so. Alter. Der macht ernst. Oder waren das gerade deine Schüsse, die ich so gut gehört habe? Ich habe... Vielleicht... Kann... Kann sein. Ne, ne. Du wieder. Hinter uns. Ja. Ja. Ist das Käpt'n jetzt down? Glaube nicht. Jetzt übertauen. Okay. Ich rute mal eben den Skriff mein hier. Ja. Oh, ich habe einen Sixpack-Schlüssel. Aha. Hast du den... Hast du den Rucksack? Ja, ne? Ne, habe ich nicht. Der hat einen. Hast du einen? Ja. Meins Käpt'n, den ich gerade hier erledigt habe. Hintenhügel. Ah, äh, direkt neben dem weißen Container. Ja. Wenn du den noch killen möchtest. Oh, ja. Der ist direkt dahinter. Oh, ja. 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 Genau, da hat ein Headshot passiert. Ja. Obst der Hecke latscht doch immer? Das ist nach rüben, oder? Warte mal, ich muss mal eine Quest gucken, Klaus. Ne, ich habe den erschossen. Ja, gehen wir weiter, he? Ich würde sagen, so dann hier... Wollen wir jetzt vorne beim Checkpoint durch den Durchbruch? Ne, wir laufen mal hier zum Durchbruch. Hier war nämlich gerade noch ein Scafi irgendwo. Da vorne ist er. Ja. Bei dem Sandseck. Ja. Okay. Das ist mies. 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 ja hier schon gelootet da war nicht alles ja hier ist tote hose neben winski da oben war schon jemand ich glaube die steinstreppe wieder runter hier habe ich gewiss gehört ach ich bin das ja weil die so ein guck mal so kommen also so ein fissl gebüsch raus kommt wo noch richtig alte tanke gehen oder so ja schweigen wir schon mal hier lang hier ist auch gelootet der ist auch gelootet wollen wir oben drüber strengen oder ok kann man machen dann würde ich sagen halten wir uns sofort ein bisschen rechts geht rechts rüber vielleicht ist doch noch auf dem freien feld hinten noch ein skeff ich bin sofort an der kuhle wo das hittens zesche ist oder ein spieler vorbier hinten an der baracke wo man rein muss diese komischen brief oder zettel abholen ich glaube der ist hinten richtung halle gegangen wo man den bunker aktivieren kann da ist da reingegangen ich komme ich komme ich bin nass alter hast du dich getroffen mhm empfindlich ha toll nein alles gut so der skeff ist hinten bei mir matze drüben im anderen warehouse oder ja ja oh sorry Klaus ich habe nicht gewusst dass du schon so weit vorne bist ok ich habe uns gleich zu sehen runter jetzt voll auf das ist du da ihn er das ist noch nicht es ist das ist er ist Ah, da müssen die Zündmatze. Ja, erstmal ihren Loot mit abgreifen. Ah, der letzte Mal ist ja nicht vor allem drecklich. Mehreren Loot-XP, glaub ich. Oh, hier haben sie ja auch schon alles ausgegriffen. Ich hab Schüsse gehört. Ich bin an der Brücke. Okay, ich komme. Oh, old guess. Du schießt? Ja, oben auf der Brücke, rechts. Am Zug? Ja. Oh, ich bin tot. Scheiße. Der hat sich hingelegt. Nein! Aber egal. Der kann nicht mehr viel haben als auf der Brücke, der. Ja. Es hat nicht gemeint, ich bin in der 15. Ja. 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 Das ist ein Schwein. Hast du ihn? Nee, hat sich hingelegt. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ja, bei mir in der Leiche ist eine. Okay. Ich gehe hier hoch, aber man habe ich hier eigentlich eben nicht geschmissen. Ah. An die Leiche. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo der liegt. Bei mir hat er am Ende des Zuges gelegen, die rechte Seite von der Tanke. Wenn du eine untere Brücke stehst, Blickrichtung der Tanke rechts. Ich habe ihn. Oh, hier klauen. Also, zwei Stück lagen hier rum. Hast du mit der Granate erwischt oder? Nee. Ich weiß nicht, ob ich den einen der Granate erwischt habe. Alter, bin ich aufgeregt. Paul, hey, grüß dich erst mal. Wir haben nebenbei auch gezockt und ab und zu mal zugehört. Dormkis. Die Quests hätte ich schon fast alle. Geil. Und ein paar andere Dormskis. Aber was ist hier los? Nice kills. Danke, danke. Junge. Mir geht der Arsch auf Grundeis. Zwei Typen hier im Gras gelegen. Einer ist oben, der hat Klaus niedergestreckt. Quatsch, ich bin weg. Klaus, danke dir. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ja, ich wünsche dir viel Spaß gleich. Da schießt schon wieder einer auf. Das ist der Sniper, glaube ich. Ja, wir sehen uns dann am Sonntagabend, denke ich. Alles klar. Gut, Klaus. Tschüssi. Jo, ciao. Ja, das ist der Sniper. Der Idiot, will mir meinen Buch streitig machen. Okay, jetzt habe ich ihn. Oh, ich schmeiß mal Klaus. Bär, Klaus seine Waffe weg. Level 14. So, ich mache ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 Sorry, ich muss mich beeilen. Total überladen. Ich muss dann auch sowieso Feierabend machen, weil ich gar keinen Platz mehr habe. Ich muss dann auch sowieso Feierabend machen. Ich muss dann auch sowieso Feierabend machen. Die VBO könnte ich eigentlich gebrauchen. Ich muss dann auch sowieso Feierabend machen. Ich muss dann noch ein Molotow kaufen. Oh. Wo muss ich überhaupt raus? Gar keine Ahnung. Die Nägel weg. Weirs weg. Oh. Hat er schon. Das weg. Oh. Powercourt ist auch geil. Wie schwer bin ich? 55 Kilo. Das wird nichts. Oh. Das war ein meiner Weg. Puh. Alter, schneller wird es nicht. Ja, war doch ein guter Rät noch zum Abschluss. Jetzt bin ich aber so voll mit dem Stash, dass ich jetzt erstmal wirklich Schluss machen muss, weil ich mein Zeug erstmal verkaufen muss. Wir sehen uns dann wahrscheinlich am Sonntagabend oder Montag erst. Weiß ich noch nicht, wann ich am Sonntag zu Hause bin. Auf alle Fälle danke ich euch fürs Reinschauen. Oh. 4754. Naja, doch ein paar Skeps erschossen. Ja, passt. Fünf. Fahre ich vorhin schon mal ein. Ich glaube es ist sechs. Mir fehlen dann noch ein paar Hans Würste. Schаюz wiederfield. 5, drei. X7 ак, Va aqui $4,5 Vai A A V ca Pizza V C 2,3